Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect 2. Es geht wieder mal weiter, ja. Ja, wir machen gleich mit der Mission hier los, mit der wir eigentlich gekommen sind. So. Jetzt gehen wir aber erst nochmal hier raus und machen die andere Sache, die wir da noch haben am Laufen. Äh, hier. Ach, die ist auch weg, die Tussi da. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Da gibt es hier aber Stock und Stein. Stopp. Äh, wer ist denn das? Nichts Seris. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Okay. Äh, was machen Sie hier? Sind Sie Liaras Assistentin? Ja. Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder Ihr Netzwerk noch Ihre Kontakte, aber ich versorge Sie mit zusätzlichen unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Okay, äh, wird Liara respektiert? Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Okay, auf Wiedersehen. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. So, gut, das ist die Administration. Dann gehen wir mal hier weiter. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommando-Einheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinen Gedanken. Shepard. Nixaris, alle Anrufe abwimmeln. Ja, ich hätte den Helm abgenommen, aber na ja. Okay. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Ja, mich auch. Quellen? Haben Sie jetzt Quellen? Ein paar. Quellen, Kontakte, sogar ein paar Mietschläger. Ich arbeite als Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen seit Sie... Na ja, also in den letzten zwei Jahren. Und jetzt sind Sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Kommen Sie mit mir, ja. Sie sind gut informiert. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass Sie am Leben sind, auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft. Und wenn Sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Ja, kommen Sie mit mir. Was ist mit Ihnen, Liara? Ich könnte bei dieser Mission Ihre Hilfe gebrauchen. Nein, ich kann nicht, Shepard. Tut mir leid. Ich habe hier Verpflichtungen. Dinge, die ich erledigen muss. Erledigen? Brauchen Sie Hilfe? Was müssen Sie denn alles erledigen? Sind Sie in Schwierigkeiten? Nein, keine Schwierigkeiten. Aber in den zwei Jahren ist viel passiert. Während Sie weg waren, war ich beschäftigt. Und ich muss Schulden begleichen. Hören Sie, wenn Sie mir schon helfen wollen. Ich brauche einen erfahrenen Hacker, dem ich vertrauen kann. Okay. Wenn Sie an bestimmten Stellen auf Illion die Sicherheitsvorkehrungen lahmlegen, könnten Sie mir die Information beschaffen, die ich brauche. Das würde mir sehr helfen. Ja, wozu brauchen Sie meine Hilfe? Mal sehen, was ich tun lasse. Sagen Sie mir, was los ist. Worum geht das hier eigentlich, Liara? Können Sie nicht einfach offen mit mir reden? Das würde ich sehr gerne, Shepard. Es liegt nicht daran, dass ich Ihnen nicht vertraue. Aber das ist Illion. Alles, was ich sage, wird vermutlich aufgezeichnet. Äh, was? Ja gut, aber wozu brauchen Sie dann meine Hilfe? Es ist nicht schwierig, sich in einen Terminal zu hacken. Weshalb brauchen Sie mich dafür? Ich kann sonst niemandem vertrauen. Wenn Sie sich in den Sicherheitsknoten gehackt haben, sind die Daten noch nicht in Ihrem Besitz. Das führt nur zu einer kleinen Systemstörung. Sie haben dann nur wenig Zeit, um einen lokalen Server zu finden, von dem Sie aufgrund der Störung die Daten auf mein System uploaden können. Damit die Daten auf mein eigenes System importiert werden können, muss ich für diese kurze Zeit alle Verteidigungssysteme deaktivieren. Okay, also dann habe ich schon mal keinen Stress. Gut, äh, ich habe dafür zu viel zu tun. Aber nee, für eine alte Freundin. Mal sehen, was sich tun lässt. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stelle reinhacken, wird in der Nähe kurzzeitig ein Server zugänglich, von dem Sie Daten downloaden können, wenn Sie sich beeilen. Danke, Shepard. Damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Gut, aber fertig sind wir nicht. Was ist mit Samara? Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Okay, sie wird überwacht. Warum muss sich Samara bei einem Überwachungsoffizier melden? Ist sie eine Kriminelle? Nein, ganz im Gegenteil. Samara ist eine Justikarin, gehört also zu einer alten Sekte von Asari-Kriegerinnen. Dara kann Ihnen mehr darüber erzählen. Okay, schade, dass wir immer an irgendwelche dritte Leute verwiesen werden, dass es nie einer ganz erzählt, ne? Ja. Ja, und Thane. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Äh, ja, sie wussten. Das wussten sie einfach. Und das ist Ihnen einfach alles so eingefallen? Ich bin eine gute Informationsmaklerin, Shepard. Die Welt der Intrigen ähnelt in vieler Hinsicht eine Ausgrabungsstätte. Nur, dass die Leichen frischer sind und noch stinken. Da hat sich aber einiges geändert, Zeit in zwei Jahren. Ja. Dann sind es erstmal genug Fragen, würde ich sagen. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst liebe Hilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Äh, ja. Ich hätte doch noch eine Frage. Wie geht's Ihnen? Wie läuft's bei Ihnen so? Jeder braucht Informationen, Shepard. Wollen Sie wissen, warum ich nicht alles stehen und liegen lasse und mit Ihnen komme? Weil ich diese Daten brauche. Es sollte um Freundschaft oder um Vertrauen gehen. Aber so funktioniert das hier auf Illium nicht. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie sich in diese Terminals hacken. Falls Sie das tun, kann ich danach mit Ihnen reden. Ja, also gut. Wenn es Ihnen hilft, werde ich mich darum kümmern. Wenn Sie sich an so einer Stank gescheppert, damit kann ich vielleicht eine große Schuld begleichen. Ja, auf Wiedersehen. Wir reden später, Liara. So, mit Serienaräten. Lalalala. Okay. Sicherheits nur ein Hacken. Gut. So. Dann probieren wir das Ganze mal. Die Frage ist, wo muss ich da was hacken? So, da geht's zum Frachtdepot. Na gut, dann machen wir das da mal noch mit der Frachtding. Erstmal alles erkunden, würde ich sagen. Ein Salarianer. Ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Nasana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Okay. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Ja, warum schwätzt du dann überhaupt mit mir, hä? Alle werfen mir ihre Gedanken an den Kopf hier. Ist zwar lustig, aber ja. Man muss ja nicht alles wissen, ne? Gleich. So, Transport. Was ist das hier? Ah, da ist die Tussi da. Und was ist das da hinten? Jetzt da hin. Hä? Okay. Dann gucken wir erstmal hier unten. Ja, reden wir erstmal mit der Seri... Was? Seri na? Wer will das wissen? Ja, jemand mit Fragen. Etwas mehr Aspekt. Ich heiße Shepard. Liara Tassoni sagte, sie hätten vielleicht Informationen über Thane Krioss. Jetzt steht es auch wieder auf. Okay. Machen Sie für mich weiter. Hier rüber. Okay. Ja, ich weiß, wer Thane Krioss ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Naja, wo er ist. Vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn zu finden. Ich kann es Ihnen sagen, aber Sie werden ihn nicht aufhalten. Als er mich kontaktierte, habe ich ihn überprüft. Er hat bisher jeden Job zu Ende gebracht. Ich war für die Sicherheit von Asana Dantius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Ja, wenn du sagst, dass Thane alle Jobs bisher ausgeführt hat, dann hättest du das auch nicht gekonnt. So, ähm, Asana. Warum kommt mir dieser Name so bekannt vor? Sie war vor ein paar Jahren Repräsentantin auf der Citadel. Stimmt. Sie ließ mich ihre Schwester töten, die Sklavenhändlerin. Ich dachte immer, das sei nur ein Gerücht. Nun, dann wissen sie ja, wozu sie fähig ist. Hier auf Nus Astra hat sie sogar noch mehr Macht. Damit hält sie ihre Freunde unter Kontrolle und bringt ihre Feinde um. Ja, ist mit Widerstand zu rechnen. Wenn sie dort gearbeitet haben, müssen sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Saltner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Gut, und dann wo ist jetzt dieser Arten-Täner? Also, wo finde ich, Thane? In den Dentius Towers. Penthouse von Turm 1. Ja, okay. Da drüben. Gut, wie komme ich da hin? Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten sie ihn dort finden. Okay. Haben sie Zugang? Das klingt nicht danach, als würde Nasserne mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie Paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Okay. Ich kann sie reinbringen, aber sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Okay, untersuchen. Ähm, Thane. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nasserne umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Ja, und der Grund für die Unterstützung? Sie bieten einfach so ihre Hilfe an? Ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen und Nasserne Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nasserne umzulegen. Aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Okay, aber ich bin noch nicht ganz fertig, also dann, ich bin noch nicht bereit. Ich bin gleich wieder da. Ich werde hier sein, aber Sie sollten nicht zu lange warten. Naja, wird es nur dauern. Ich habe noch etwas anderes zu tun, erst mal. Aber das haben wir auch schon angekratzt, die ganze Sache. Wieder Vorbildpunkte, sehr schön. Jetzt gucken wir mal da längs. Es kann natürlich sein, dass wir hier lang müssen. Boah, es ist hier weitläufig, ey. Ich weiß es nicht. Sichere Station, Terminalhacken. Ja, dann machen wir das jetzt mal. Äh, die lügt das hier. Und, äh, das hier. Ne. Moment, das war verkehrt. Äh, ist es das hier? Nein, da fehlt die weiße Schrift, das hier. Ja, und dann brauchen wir nochmal so ein ähnliches hier. Ne, aufs X darf ich nicht, sonst ist der Versuch gleich ungültig. Äh, Hilfe. Eingesperrt war ich da gerade ganz kurz. Äh, das auch nicht. Na, ne, auch nicht. Sag mal, der hier. Nein, auch nicht. Äh, Mist, der hier. So, puh, das war jetzt knapp. War nicht ganz so einfach. Eine Minute. Nö. Abstandsmesser. Oh, blaue Rose von Ilium, lass deine Wurzeln tief hineinwachsen in die heiße Erde von Tujanka. Hier, ah ja. Gut, das haben wir das schon mal abgeschlossen. So, was ist mit der Asari hier? Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Okay. Wer mag sie? Der Kroganer liest die Liebesgedichte vor, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Okay, gut für die Trinung. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist Char super, aber was teuerhaftes. Ja, okay. Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Oh Gott. Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie? Wegen der Genophage. Naja, haben Sie mit ihm geredet? Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich? Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange stehen. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall leben würde, egal welche Farbe sie hätten. Aha. Ja, Country-Dates. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase. Also wissen Sie, dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Aha, okay. Naja, gut, Sie sollten sich entscheiden. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar. Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Ja, Sie sollten sich versöhnen. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich denn nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidungen bereits getroffen. Ich... Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Oh, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Erfahrung erhalten. Elbazar reden. Tagebuch. Aktualisiert. Was? Moment, Vorbildpunkte 5. Der ist sehr schön. Tagebuch. Was ist jetzt? Die blaue Rose von Illium? Echt? Ja, sagen wir Ihnen. Ist ja lustig. Okay. Alles klar. Einfach mal schnell einen Auftrag beendet. Mission, ein neues Dossier. Ja, das ist sehr nah zu bekehren. Ja, das müssen wir dann noch machen. Das machen wir jetzt aber erst noch nicht. So, jetzt können wir einkaufen gehen. Projekt Paddelfische können wir ja kaufen. Aha. Modell Allianz Kreuzer. Den können wir uns leisten, kaufen. So, ja. Für unser Schiffsmodell-Dings hier. Modell Frachter von der Atabasca-Klasse. Hermit. Ja, meinetwegen. Die Fische, äh... Ach komm, was soll's. Weg damit. Geld ist vergänglich. Die Fische eben nicht. So. Wie wär's mit deinem Fisch? Sie liebt ihren Garten. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ja, eine Freundin von mir ist bei Eclipse. Sie hat mir gesagt, was ich besorgen soll. Gut. Ich kann ziemlich gut Fireballs umgehen. Vielleicht brauchen sie ja Tags. Thor Selbstverteidigung, was? Oh Gott. Sturmgewehrschaden. Maschinenpistollenschaden. Ja, wir haben überhaupt kein Geld mehr. Das ist jetzt natürlich blöd. Oh Gott, 90.000 Verstärkerplatten. Äh, schützt lalalat. Ach komm, das können wir mal... Das können wir mal noch nehmen, so. Dass unser Geld bald weg ist hier. So, erworben. Waffenhändler. Ja, so ein Typ namens Conrad hat mit ihm gesprochen. Ich habe mit einem alten Freund gesprochen, Conrad Föner. Sie haben ihm erzählt, dass in der Eternity Bar roter Sand verkauft wird. Ah, Sie sind mit Conrad befreundet. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Ort. Ich muss es wissen, ich bin eine Undercover-Polizistin. Bringen Sie mir die Besitzurkunde für die Bar? Ich brauche sie nämlich, um den Dealern, die roten Sand verkaufen, das Handwerk zu legen. Lügen Sie mich nicht an. Ich solle Sie töten. Ne, wir lügen jetzt einmal für die gute Sache. Ich helfe Ihnen. Ich habe den Barbesitzer weichgeklopft, aber Sie müssen hingehen und die Sache selbst zu Ende bringen. Im Ernst? Sind Sie sicher? Absolut. Sie müssen das Geschäft nur abschließen. Sie gehen rein, bleiben hart und lassen durchblicken, dass wir zusammenarbeiten. Dann kriegen Sie die Urkunde. Na dann, super. Hier, ich stelle jetzt den Rabatt für Sie ein. Danke für die Hilfe. Bitteschön. Ja gut, jetzt haben wir das natürlich schon gekauft. Naja gut, zum Conrad zurückkehren. Stöbern. So. Okay, die ist jetzt um 15.000 runtergegangen. Bringt uns trotzdem nichts mehr, aber keine Credits mehr. So, Vorbild für ein Punktlayer. Hier können wir ordentlich punkten. Erinnerung an Iliumus. Achso, da. Ja. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Jeder Asari hat Biotik. Dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? So, was ist da? Asari reden. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein, weil es ein Tatort ist, alles abgeregelt. Eclipse sollten er in irgendeine Justikare, was weiß ich. Niemand kriegt die Extra-Ware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Ich telefoniere. Achso. Aber so laut, dass es jeder hört, ne? Alle telefonieren sie hier. So, was bringt uns das hier? Das sind nur Shuttles. Sonst irgendwas Wichtiges hier. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon fertig sind mit dem Ganzen. Ach, die Polizei ist hier. So, was ist hier hinten? Da ist auch noch ein Automat. Barine, was? Barrier Frontiers. Äh, Frontiers. Was ist das hier? Navigationskarten für den Hades, Nexus, Sternkarte, Minios, Ödland. Was haben wir hier noch? Okay. Was bringen uns die Karten? Weiß es nicht. Wer ist denn das? Willkommen bei Barrier Frontiers. Unser Verkaufskiosk steht da drüben. Okay, aber was bringen wir bitte die Karten? Dass ich die Systeme dann kenne, oder was? Ah, wie viel haben wir noch? Wir können nicht alle kaufen. Und da kommt dann immer ein Hadus-Nexus. Ja. Den Minos-Ödland nimmer noch. Und, ja, meinetwegen noch den Dingsda-Nebel. Pylos-Nebel. So. Mehr geht nimmer. Weiß zwar nicht, was es bringt, aber naja, vielleicht können wir da hinfliegen. So, und da wäre dann noch Shiala. Officer Dara. Moment, Shiala. Hä? Bin's blöd? Shiala. Ach, da. Shepard, ich... Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Shiala. Wir haben uns während des Gath-Angriffs auf Pheros getroffen. Saren hatte mich dem Thoriana als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Okay. Wie geht's, Zeus Hope? Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut. Und konnten sogar verwertbares Material von dem Gath-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeni wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Thorianers haben sie mitgenommen. Okay. Ist jemand in Gefahr? Kommandiert Exogeni wieder die Kolonisten herum? Oder hat der Thoriane unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein. Exogeni unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Thoriane ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Ferus kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Okay. Ja, was führt's hierher, könnte man fragen. Aber ich kann auch gleich mal fragen, kann ich ihnen helfen? Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Thorianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Okay, jetzt können wir mal fragen, warum sie grün ist. Ja, warum bist du grün? Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Thorianer einen Klon aus ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Thorianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Thorianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Thorianer. Das alles ist beunruhigend. Naja, das ist diese komische Pflanze da gewesen, die die Leute kontrolliert hat. So, was denn für Gesundheitsprobleme? Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Thorianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Thorianeropfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Spuren des Thorianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Scanvertrag? Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Barrier von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass Sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn Sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Aha. Ist die Drohung real? Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber Sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den Ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Hm, kann ich verstehen. Gut, ich kümmere mich mal darum, ne? Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Okay. Vertreterin von Barrier Frontiers finden. Ach ja. Wir hatten schon das Vergnügen. Alles gut. Ja. Warum sind Sie so wührend? Was haben Sie für ein Problem mit Menschen? Nicht nur mit Menschen. Mit den anderen auch. Salarianer und Turianer sind keinen Deut besser. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Mann, 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 Mann. Was für eine Denkungsweise hier. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Wieso überhaupt so generell ein Hass auf alle Aliens? Warum haben Sie so große Vorurteile gegenüber Aliens? Wo soll ich anfangen? Mit den Forschern der Salarianer, die erst die Rachni auf uns gehetzt haben und dann die Groganer, um ihren Fehler wieder auszubügeln? Oder mit den Turianern, die jedes Problem in die Luft sprengen wollen. Oder mit den Menschen, diesen Neuankömmlingen, die der Meinung sind, ihnen gebühre die Herrschaft. Jeder Krieg, der diese Galaxie heimgesucht hat, wurde von ihrem Volk ausgelöst. Das Blut meiner Leute klebt an ihren Händen. Na, 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 na. Das klingt sehr persönlich. Von welchen Toten reden wir hier eigentlich genau? Die Mutter meiner Töchter wurde während des ursprünglichen Aufstands der Geth auf der Heimatwelt der Quarianer getötet. Meine Töchter starben bei dem Geth-Angriff auf die Citadel. Eine arbeitete in der Botschaft. Die andere war die Empfangsdame der Konsortin. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Was ist mit ihrer Familie? Warum war ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt Aquarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt. Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie armer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht. Ich habe nicht... Spricht dich aus, Mädchen. Ja. Ja. Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr. Keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss sie nicht noch verstärken. Okay. Das wollten wir ja. Sehr schön. Haben einen Rabatter mal jetzt nicht bekommen. Die sind einfach weg. Ah ja, okay. Da konnten wir noch so viel reden. Fünf Punkte haben wir wieder gekriegt. Ja, also Rabatt haben wir nicht gekriegt. Gut. Habe ich schon gedacht, ich hätte wieder voreilig gekauft. Hast du die Sternenkarten bekommen? Ja, allerdings musste ich mich dabei mit Irinia befassen. Ich brauche jetzt erst... Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern, heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Es zählt nur das jetzt. Nur den Tod. So schlimm ist es nicht. Sie haben die neuen Verträge. Für den Moment ist das erledigt. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht, wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie eben so tun. Ja, wieder eine liebe Sache hier, oder was? Ja, gibt doch schon Bazzi, Bazzi. Doch nicht? Ja, okay. Gut, wir kriegen gar nichts dafür. Was ist denn das hier für ein Schmarrn? Ich habe Konrad Wörner zu Konrad zurückkehren. Okay, okay. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, es sind schon wieder 30 Minuten um. Mit Officer Dara wird man auch noch reden das nächste Mal. Also es ist so viel zu tun hier. Gerade neue Aufträge zu holen und so Nebenquests, die ich eigentlich ganz gern mache. Aber ja, ich hoffe, es stört euch nicht so. Also ich bin eigentlich dazu hergekommen, diese Schwester zu suchen. Und was mache ich jetzt? Ich mache wieder mal Sidequests. Nach dem roten Faden gehe ich halt einfach mal letzter gerne. Das gehört auch dazu. Also ich finde die Sachen interessant. Ja, ich sage euch wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und hoffe, ihr habt auch wieder Spaß. Ja, tschüss, sagt euer Commander Legolas Shepard. Hephaat.